Wir werden, um die Techniken zu zeigen, kurz zeigen, langsam vor und nachher etwas schneller vor bzw. was Sinn und Zweck des Angriffs sein könnte. Das Sinn und Zweck ist, den Schwung und die Angriffsenergie zu benutzen, um die Angriffe in ein Ungleichgewicht zu führen und zu werfen oder später in eine Angriffsdrehung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.